Ein Blick in den Deutschen Bundestag Foto Imago, Methodi Popov Die Diäten werden Mitte des Jahres entsprechend der allgemeinen Lohnentwicklung angepasst. Kritiker stören sich an dem Automatismus und der mangelnden Transparenz. Der neue Bundestag will die in der vergangenen Legislaturperiode Beschlussszeneregelung zur automatischen Diätenanpassung übernehmen. Ein entsprechender Antrag wird von den Fraktionen von CDU, CSU, SPD und FDP unterstützt, wie am Dienstag bekannt wurde. Nach der Anpassungsregelung, die in der jetzigen Form am 24. Oktober 2017 in Kraft trat, werden jeweils zur Mitte des Jahres die Diäten entsprechend der allgemeinen Lohnentwicklung angepasst. Regelmäßige Verhandlungen über die Abgeordneten-Diäten sind damit überflüssig. Der Bundestag reagierte mit dieser Regelung auch darauf, dass die jeweiligen Erhöhungen in der Bevölkerung häufig als Selbstbedienung umstritten waren. Erstmals angewendet wurde die automatische Diätenerhöhung zum 1. Juli 2016. Kritiker stören sich jedoch auch an diesem Automatismus nach der allgemeinen Lohnentwicklung. Der Bund der Steuerzahler, BDST, reagierte mit scharfer Kritik auf die angeblich kurzfristigen Pläne, den Diätenautomatismus im Bundestag weiter aktiv zu halten. Wieder einmal wollen sich die Abgeordneten klammheimlich höhere Diäten gönnen, ohne dass die Bürger davon etwas erfahren sollen, kritisiert BDST-Präsident Rainer Holznagel. Jede Diätenerhöhung muss öffentlich und transparent im Bundestag debattiert werden. Einen Diätenautomatismus darf es nicht geben, so Holznagel. Deutsche Presseagentur –